Musik Da steht einer Warum kann ich denn hier nicht durch? Hallo Na? Ach du kannst da durch? Das ist ja wohl nicht wahr Ich möchte auch hier durch Das ist ja wohl die Höhe Hier kann ich durch oder? Wow Ist ja hier ein Anwesen Das Problem ist nur Man kann nicht Oh da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nee das glaube ich Da kann ich nur verlieren glaube ich Aber ich könnte mal versuchen Ob ich vielleicht hier ins Auto komme Um ein bisschen was zu looten Dass ich hier nicht mit leeren Händen rausgehe Naja Retouelschrott Okay Oder ich versuche mal Wenigstens Vielleicht kann ich mich ja irgendwo so Naja durchschleichen kann man sich ja nie Entdecken Einen ja immer Ich komme da Nee da hinten komme ich nie hin Okay aber da hinten Da sind mir sicher halt auch noch Nee das wird noch nichts Da habe ich also mit meiner Machete Also ich habe zwar jetzt schon einige getötet Aber das müsste man ja sowas mit Salami Taktik wahrscheinlich machen Hallo Hallo Hier bin ich Na also Ja genau Oh das ist gut Da hat er mir einen Gefallen getan Hm Ich bin da eigentlich Achso Komponenten Okay So Ich würde die ja gerne einzeln anlocken Hm Ich bin unsicher Aber gut Mut zur Lücke Ja genau Stoppt doch erstmal in Ruhe Die Waffe Genau Aha Okay Anderen beeindruckt er scheinbar nicht Okay Das äh Ist überraschend So Da oben der Dude Mal was gucken Ja So weit Oh Gott Sind hier nur viele Oh oh Ist das der Der da so Warte mal Ich habe da auch noch Pfeile Komm ich da rein Achso Da ist so nett Das ist nett von dir Dass du dich genau in meine Schussrichtung bewegst Ah da ist ja auch noch einer Oh zwei sogar Ne den treffe ich von dir was nicht Mal kurz das Wo Okay Hat bloß einer Krach gemacht Also dass ich jetzt schon so weit komme Ich hätte auch nicht gedacht So 22 Schuss habe ich noch Mir gegner dürfen es nicht sein Ach So weit weg Das ist erschreckend easy Grad hier Oh was ist es da hinten Ist es silber oder so Oder es leuchtet Wahrscheinlich bloß so Ob ich das Komponenten Nein Moment Weiß nicht Naja dann ist es weg Ich würde da gerne hoch Kann ich da hoch Ja da ist eine Leiter Oh Lieder Oh oh Ah ja Die habe ich jetzt aufgescheucht Na Ich habe den sowas von getroffen Rambo Rambo ist hier Oh Fisch Mein Rucksack ist bald voll Ich glaube ich Wenn es so weiter geht Okay Ja Nett Na warte mal Das ist gut hier Äh warum kann ich hier nicht runter krabbeln Ach man ey Das Spiel verdirbt denn aber auch jede Taktik hier Äh du bist doch tot Was Okay Jetzt Wo ist denn der Dude der hier stand Da Oh Ja komm du hast wieder durch den Baum geschossen Oder was Ach Och komm Also Oh noch neun Schuss Den Rest müssen wir da im Nahkampf erledigen Oh oh Da kommt der nächste Angerund Ach Oh Okay Jetzt wird es eng Sind noch einige Sieht ja hässlich aus Ah komm Komm Oh es war eine Sie Es tut mir leid Und es nicht erkennen Ah sehr gut Das ist immer nett Rot eigen Ich mag gerne Ah da oben ist noch einer Okay Shit Ah Das ist nicht gut Ich glaube jetzt war es das Ah schade Das Äh Muss noch mal schauen Ob ich hier irgendwo Oh ne Das brauchen wir alles nicht Ach Ne also mit dem ein bisschen Leben Brauchen die weiter gehen Schade Hat ein gutes Gefühl Das Problem ist damit dann das Spawn ja eh wieder alle Also alle Weiß ich nicht gar nicht Ah Ne Da kommen Ein Schuss Und ich bin tot Ich hab auch nix Gerade hier um Wieder mal Ich schau mal nochmal in meinen Rucksack Äh Ach doch das macht auch noch Gesundheit Na was ist das ein bisschen wenig vielleicht Das macht das Hunger weg Hunger Ach wenn sich das Zeug alles mitnehmen sollen Was ich da noch hatte Ja war klar Ich wollte es einfach nochmal versuchen Äh ja Ist ja gut Seien so aufgeregt Was ich jetzt aber noch machen könnte Warte mal Wir haben da noch Ah ne Was brauche ich nochmal Was Äh Schießpulver Und ähm Metall Warte mal Weil das mit der Waffe ging ja eigentlich ganz gut Aber es ist natürlich jetzt sehr dunkel Ach Mensch will ich nicht pflanzen Ähm So 50 Schuss hätten wir dann noch Und dann nehme ich mal was zum Futtern mit Aber ich hab nicht mehr so viel Energie Das ist nicht so geil So stellt Nahrungswerte wieder Vorteil Und erhöht die maximale Gesundheit um 50 Macht das jetzt Sinn im Dunkeln da nochmal hinzugehen Ich seh ja eh nix Ein bisschen wohnt mich das ja jetzt gerade Na gut ich muss ja so oder so hin um meinen Rucksack noch zu holen Ähm warte mal Erstmal würde ich sagen Obwohl ich fahr gleich nochmal hin Ist mir egal Und wenn wir erstmal da am Strand oder so sind Äh ne ich wollte ja Fischhäuse Da müsste ja noch ein Fisch hoffentlich drin sein Nö Ne Hat er die ganze Zeit keinen Fisch gefangen Was ist denn hier los Wow Das ist ja ähm Weniger schön Das ist ja sehr schwach Fischhäuse Ach jetzt ist es auch noch kalt Egal ich werde mal gucken Dass wir hier noch irgendwas futtern können Mal sehen was wir hier noch so finden Äh ich kann mir noch eine Kartoffel auf den Grill hauen Ah das gibt nochmal Energie Das ist gut Das verwenden wir auf jeden Fall Ach das sind ja Boote Ich denke mal das ist ja irgendwie so eine Büchse Weihne was Ah die gibt aber auch nochmal Gesundheit Die nehmen wir auch mit Komm Ab dafür Probieren wir es einfach mal Keine Ahnung wie viele da noch sind Wahrscheinlich noch Massen Aber Ich glaube wenn man das da so hinbekommt Wäre das schon cool Schwimm ich hin oder nehme ich das andere Boot Achso da ist ein Hai in der NM Ne Sollte ich mir das Boot nehmen glaube ich Ähm Achso Ist jetzt auf der Beifahrerseite Ja ja ich weiß dass ich friere Ich hoffe das geht jetzt nicht zu sehr auf die Gesundheit Ja Oh Mann Das Blöde ist ja eben dass wir mal nach Mitternacht spawnen irgendwie Aber auch nur so Step by Step Also wenn wir Glück haben Ich weiß ja nicht wie viele da noch sind Aber Ich sag mal wenn wir die Insel einnehmen könnten Das ist ja schon Das denke ich mal ganz nett Ich kann mir auch vorstellen dass da so einiges noch an den Hut auf ist Hoffe ich Wenn der mal irgendwann mal die eroberten Insel mal dann Bebauen kann und so Dann wäre das natürlich hier die Hammerinsel schlechthin oder Weil man hat ja wirklich nur eine Front wo man angreifen kann Und es ist also Man kann ja nicht über die Felsen hier rüber Man hat wirklich nur den Strand Den Anlegestrand Wo wir auch ran sind Eigentlich die ideale Insel Um sich vor Feinden zu schützen oder Würde ich mal so behaupten So 49 Schuss Geht die Gesundheit gerade runter wegen der Kälte Nein ihr seht mich so aus oder Tja was alles so eine schnappse die werden kann was Okay sind wirklich fast alle wieder da Aber wie es aussieht Boah ich bin alle wieder da Guck dir das an Damit ist schon ein bisschen unfair muss ich mal sagen Aber gut das ist eben das Spiel Dann ist es So eigentlich müsste ich doch Genau Ehrlich Boah will ich das nochmal durchlaufen Nochmal sehen Ich brauche jetzt noch meinen Rucksack wieder Also vorhin hat der mal gewonnen hitted oder? So ein bisschen Munition sparen Warte mal ich schläge mir mal kurz Das 1 Ich schläge mir mal kurz die Pistole auf die 2 Dann kann ich das an der Maus steuern besser Okay Gut Oh no Das ist so klar Die misspauen wir auch nicht Dann war nochmal Okay Hier können ja immer noch was los werden Gibt es doch gar nicht Vorhin konnte ich mich doch mit einem Schuss erledigen oder? Na komm Sind die jetzt stärker geworden oder was? Komm da her Was? Hast du mich mit deinem Schild geschlagen? Das ist ja ungraubig Das nehmen wir gerne mit Achso Ob ich jetzt vielleicht Ich meine es ist 5 Uhr morgens Wir können ja eigentlich schon mal dieses Ja das ist egal Das nehmen wir Komm Pumpen uns jetzt hier mal so richtig auf Vorsicht Krabbe Hier wird scharf geschossen Okay Ich nehme mal wieder den da oben erstmal Glaub ich Aha Jetzt ist doch den nicht mehr Achso ja Ah Ich vergesse mal Ne Ach komm schon Ich bin beim letzten mal geschmeidiger finde ich Okay der ist nicht gespawnt Ah die spawnen jetzt wahrscheinlich alle nach und nach Jetzt war das natürlich Auch nicht so gut Okay hier ist Oh da oben Kann ich hier hochspringen? Ja geil Da bin ich Ach ja Schön Ey das gibt's doch nicht Wie kann denn sein dass der Die mich trifft? Also ich hab den eindeutig getroffen Oh je Das ist natürlich nicht so geil Vorhin war es one-hitted alles Und jetzt bleibt immer ein kleiner Teil Das ist echt gemein Was ist das denn hier? Ist das denn so gestolpert? Oder was? Das war klar Ich las mich nicht beurren Ich krieg euch Ich schwimm mich rüber Werd vom Hai gefressen Äh was? Warte mal Bevor ich hier Quatsch mache Achso zuerst habe ich eh nix Aha Ähm Gut Also ich hab fast keine Energie mehr Ah das ist ärgerlich Vorhin als ich angegriffen hatte Da sind die alle bei einem Schuss Weg gewesen Jetzt haben die immer noch so einen kleinen Ähm Kleinen Lebensbiken über Von daher Ähm Ja Jetzt gucken dass ich wieder an meinen Rucksack komme So ein Ärger In dem Park konnten wir schon wieder wegmetzeln Und wir haben ja erst mal 8.30 Uhr morgens Also wenn wir jetzt vielleicht noch hier und da ein bisschen gehadig bleiben Allerdings wäre es natürlich klüger gewesen Wirklich Naja wohl Die Schiffe bleiben ja dann nur oder so da Sehr wurscht Ach ja Wiesespiel Oh wir haben schon Tag 40 Aber Mist Das könnte ja fast sein Dass die bald wieder angreifen Oder? Ui 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 Ich glaube das war Tag 37 Wo wir angefangen haben Meine ich Ja was 38 Weiß ich Oh jetzt haben wir so viele Fische Weil ich da einfach so rüberspringen konnte Ist natürlich jetzt auch nicht so die geile Ähm Also Sicher scheint das dadurch ja nicht zu sein Oh es wird sich nicht so eine Patronin Ach ich hab ja gar nichts zum Ne Ich hab ja keine Patronin Das liegt ja in meinem verloren gegangenen Rucksack So mal gucken wir hier nochmal kurz Hier noch irgendwelche sind Ah bedrohliche Musik Aber Hallo Ich wollte nur meinen Rucksack abholen Ich bin gleich wieder weg Machen Sie sich doch keine Mühe Ist das eigentlich Warte mal Ich muss das wissen Ne das ist nichts Okay ich dachte das wäre irgendwie Silber oder so Das glänzte so Hallo Welcher ist denn jetzt mein Rucksack Ne das ist doch nicht Hä Muss doch hier sein Mein Rucksack ist weg Wo ist der mein Wo habe ich den schon eingesammelt Ach Habe ich schon Okay So Habt noch ein bisschen Geduld Ich muss mal Äh Hier Was futtern noch Trinken wohl nix Ja Ich habe fast das Gefühl Ich komme mit meiner Mach jede besser Klar Oh ich blute Oh nein Ich habe keine Verbandszeug mehr Das ist nicht gut Habe ich Stoff Ja Habe ich Muss ich erstmal Ich muss erstmal abflappen Nein Nein Muss ich noch erledigen Ach komm her Auf Treppen kämpfen ist irgendwie nicht so geil hier oder kann das sein Ich brauche jetzt nur noch rote Ach Ach sowohl Stoff Naja ist egal Was Nee Lauf Jetzt nicht mit Fall und Bogen hier weitermachen Ich dachte eben das wäre sowas wie ein Riesenrad oder so Oh da ist einer Lauf ich den Jetzt habe ich mir one-hitted Ja ist klar Oh da hat noch einer eine Wache Aha das geht jetzt nicht Okay So wo wurde denn hier geschossen Oh da hinten Warum kann ich denn hier nicht unten durchkrabbeln Nee das gibt es doch nicht Na Habe ich mal Speicher vielleicht Aber ich lade es eh nicht Ich weiß Ich kenne mich Was sind denn Hören tue ich denn schon Hören Hören tue ich denn wohl nicht Ich komme mit dem Erkampf besser zurecht hier Hm Oh ehrlich Ah habe ich noch an der anderen Seite noch was oder Ich glaube nicht dass es das war Oh warte mal ich muss mal gucken ob der was bei hatte Oh hier ist immer eine Kiste erst mal Vielleicht ist hier irgendwas gegen Gesundheit oder so Hm Ja Hm Nee Oh Gott der Sport hat es da rein Nein andersrum Oh nein Ah ne war ja richtig oder Ja Ähm habe ich die jetzt Ach ne warte mal da ist noch Holz Also ich höre jetzt gerade keine bedrohliche Musik nehmen Könnte man eigentlich eine Insel in Besitz nehmen wenn noch Leute da wären Denke ich nicht oder Ah hier sind noch welche Okay das war mir fast klar Die Frage ist ob ich jetzt wirklich Äh ob ich nicht lieber Der sicheren Seite erstmal ein bisschen gucke Mein Rucksack ist so voll ey Ich gehe vielleicht mal zum Schiff mal schnell zurück bei 1312 Ich muss eh checken Oh gut hier ein Haus ist bestimmt auch noch irgendwas drin Bei denen kann es ja auch sein dass da vorne langsam wieder welche nachgespawnt sind weil ich glaube das waren nicht alle siehst du Ja das wird natürlich Noch etwas herausfordernd Ich muss wissen wo hier noch jemand ist Oh Mann Okay erstmal was ins Boot bringen Ach das kann ich auch noch essen sehr gut Ähm So war das das können wir nicht mehr stapeln Ich weiß nicht ob die Muscheln uns hier weiterhelfen aber gut Aber das schmeißen wir weg Das war eigentlich nicht Ähm Müssen wir nicht alles mitnehmen Ne den Stoff lassen wir mal hier Falls wir wirklich Was ich nicht glaube dass wir die Insel in Beschlag nehmen können Ach immer diese Entscheidung was nimmt man mit was nicht Ähm das lasse ich erstmal hier Okay dann Dann weiß man wieder ein bisschen Platz Aber wir haben ja noch ein Schiff bei Das ist ja eigentlich ganz praktisch So dann machen wir da Weiß nicht Klebeband Und Kartoffel hilft uns jetzt auch erstmal nicht weiter Das lassen wir hier Stoff lassen wir hier Achso ne Das brauchen wir gerade eigentlich auch nicht Ob wir nun Hunger oder Durst haben Ist ja wurscht Bleibt sicher fest So Ja Feige nehmen wir mal sicher sogar mit Falls uns die Munition ausgeht Also hier gibt es noch eine ganze Menge zu looten Aber ich glaube Ich weiß auch nicht ob wir das wirklich schaffen können Okay Irgendwo da so Ach hier komme ich durch Ach da Wo ist er denn jetzt Hallo Ach da hat sich da drin versteckt Hinter der Waschmaschine Ach hohes Fleisch Das ist ja nett Okay dann ist die Seite erstmal wieder safe scheinbar Also der Weg da oben hin Der scheint so fast zu Gibt es hier noch Bossel? Das will ich ja merken wahrscheinlich Woher nehme ich den ganzen Kram jetzt mit? Nein Nimm jetzt mal mit Das sieht so aus als wenn es da so zum Endgegner irgendwie geht Holz Na komm Holz mit So Hm Boah Gut War jetzt Nicht so Ich dachte wenigstens hier in dem Hause schon mal irgendwie was Aber gut egal Ähm Ja wir können es ja mal Versuchen Noch sicher können Aber hierhin tue ich ihn Okay Ich kann den Jet nur dreimal schießen Ja ich bin aber auch nicht mehr so fit Wenn ich die Bohnen hier esse kann ich auch noch ein bisschen was Ja das ist nicht viel Hast du hier vielleicht ein paar Rot-Algen bei? Nein da ist ein paar Aber das können wir auch noch mitnehmen Das ist gut Oh 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 Das sind äh stärkere geschütze glaub ich iges Ich seh vor allem immer gar keinen. Naja, das blieb noch nicht. Bin ich nur ins Blaue schießen eigentlich. Aber ich hab mir schon eine Reichweite wahrscheinlich nicht, oder? Boah, ist mir auch echt ein bisschen zu... Gesundheit ist eben einfach nicht so geil. Ich seh gar keinen Ort. Naja, und da einfach hin, das macht wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn. Wenn der Judy wenigstens so ein bisschen rennen könnte, warte mal. Wir können ja mal versuchen von der anderen Seite auf den Blumen zu kommen. Das geht nicht schon. Oh doch. Boah, schon wieder 17,41 in dem Spiel. Ah, ist aber zu hoch. Wow, da sind ja noch einige. Habe ich, ähm... Na, das hilft wahrscheinlich nix, oder? Warte hin. 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 Naja, den treffe ich ja von hier aus gar nicht. Das wird leider nicht funktionieren. Also meine Gesundheit ist auch so weit runter. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier meinen Rucksack verliere, dann habe ich Spaß. Okay, ich würde mal sagen, wir lassen die Dudes da oben, erobern können wir das hier eh nicht. Und würden einfach jetzt hier nochmal gucken, ob wir irgendwas an Loot finden. Aber vermutlich der beste Loot wird wahrscheinlich da sein, wo die drei da sind. Schade, schade. Ist da oben vielleicht noch irgendwas? Und da leuchtet ja auch noch irgendwie. Okay, Metall, ja, okay. Ja. Ein Stuhl. Ah, da ist eine blaue Pause. Eine tragbare, aufbelastbare Sauerstoffzylinderspeicher. Cool. Das hat sich doch schon mal mega gelohnt, glaube ich. Warte mal. Das ist doch gar keine Fackel, oder? Mist. Okay, dann haben wir die blaue Pause gefunden. Das ist ja das, was wir eigentlich wollten. Okay, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert und war ein bisschen umständlich, aber man kriegt ja leider keine Erfahrungspunkte oder so, die einen irgendwie weiterbringen. Da habe ich keine Fackel bei? Ne. Vorhin habe ich die nämlich aussortiert, weil ich dachte, ach Fackel bauen wir mal. Eine bauen. Stehende Fackel? Ne, warte mal. Wo kann ich denn? Ach, hier rüber wahrscheinlich, ne? Ach, da. Verständlich. Ach, da. Ja. Wollen wir mal hier. Das wir hier noch was übersehen. Okay. Da war nix weiter. Gehen wir mal kurz zurück. Aber cool, dann haben wir ja die blaue Pause. Also, ich konnte nicht alles lesen, weil das war so unterbrochen. Aber das sah mir aus, als wenn das gut wäre. Ja, fein. Ja. Was siehst du, man hätte auch an den Feinden vorbeispazieren können, wa? Wenn man nämlich hier irgendwie hochkommt. Dann kannst du ja ganz locker hier oben langlatschen. Ah, und dann kannst du natürlich, wenn man, äh, wenn man eine richtige Waffe hat. Also, ich glaube mit meiner komischen Pistole hier. Die hat ja nicht so eine Reichweite. Aber dann kann man die schön von da oben weg snipen wahrscheinlich. Ja, cool. Oh, da ist schon wieder einer gespawnt. Okay, ich bin eh weg. Alles gut, alles gut. Aha, jetzt habe ich natürlich zwei Schiffe hier. Da muss ich das natürlich zusehen. Naja, müssen wir das andere nochmal später holen. Weil da ist ja jetzt überall was drin. So, das schlimme ist jetzt, jetzt habe ich natürlich, äh, das Boot, was uns immer zur Orientierung halt, wo wir hin müssen. So, natürlich beide hier. Egal. Junge, Junge, Junge. Aber ich sag mal, also, war okay. Also, ich habe mir ein bisschen mehr Loot gewünscht. Also, ein bisschen mehr, ja, was cooles. Also, ich denke, man kann da schon belohnen, dass man so viele Gegner erledigt hat. Die Frage ist, was da oben jetzt noch gewesen wäre, wenn wir jetzt die drei, vier da noch erledigt hätten. Aber es hätte nichts gebracht. Also, die hätte ich nicht geschafft. Ähm. Und dann wäre mein Rucksack da oben und das da, bis dahin zu kommen, dass wir, wow. Nicht so, brauche ich in die richtige Richtung überhaupt. Irgendwann gucken. Ja. Ja. So. Ich merke schon, mein Dude hier ist völlig erschöpft, aber er ist auch zurecht. Das war schon etwas anstrengender. So. Mal gucken, ob wir auf Kurs sind. Ne. Wir müssen da hin. Da ist unsere Insel. Gut, gut. Es wird, es wird. Allerdings sind wir jetzt nicht wirklich weitergekommen, was die Verteidigung anbelangt. Ähm. Das ist zwar schön, dass wir jetzt scheinbar... Warte mal, ich kann die... Achte, die Blaupause. Warte mal. Jetzt können wir hier mal kurz... Ich will mal ganz kurz schauen. Mir ist mal neugierig. Können wir jetzt hier erkennen. Aufblasbare. Ich frag mal, ob er stellt sofort die Hälfte der Sauerstoffzylinder-Sprecherkapazität wieder her. Okay. Das würde bedeuten, wenn wir die mitnehmen, also das müssten wir natürlich erstmal bauen. Was soll ich? Ich kann mir die Fakke oder sagen. Ähm. Und könnten dann unterwegs unsere Atemluftflasche damit auffüllen. Also verstehe ich das zumindest. We will see. Warum steht es da immer noch? Ich hab das doch schon weggedrückt. Egal. Ja. Vielen Dank, Herr Taker. Ja, ich hätte es auch nicht gedacht, dass wir da so locker... Haben wir überlegt. Ich bin in den ersten 10 Minuten ja glaube ich fünfmal gestorben auf meiner eigenen Insel. Fliegt den Angriffen. Die waren jetzt auch nicht schwer. Also äh... Zu erledigen. Gerade mit der Waffe jetzt. Das war okay. Aber... Ja, man muss ja schon ein bisschen aufpassen. Schade nur. Ich hätte natürlich schon gerne die Insel. Ja. Aber... Ich denke mal, wenn wir denn... Das Ding geht nicht mehr weg hier. Ach, jetzt ist es weg. Ähm. Ich denke mal, wenn wir die richtige Waffe dann haben, dann ist das... Recht... Gut zu schaffen und zu handeln. Ja. Mann, Mann, Mann. Was für eine Folge schon wieder.